Servus und herzlich willkommen zurück, du bayerische, bremische Stadtmusikanten da draußen von BZN, die Laptop.TV. Wir spielen Folge 10 von... Eners Quest. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Wir sind jetzt in Wunderhorn angekommen. Alles ist sehr seltsam. Ja, wir sprechen gerade mit der Zauberin anstatt eines Zauberers. Aber die Sache gefällt mir nicht, denn davor haben wir noch eine ältere Dame kennengelernt. Und die wollte das Zauberbuch haben. Das hat sie nun. Außerdem hat sie auch noch komisch gekichert, aber na gut, wir vertrauen ihr jetzt mal. Außerdem sollen anscheinend Kinder verschwinden. Und die Bremer Stadtmusikanten haben auch kennengelernt. Die suchen nach einem Zuhause. Schauen wir mal, dass wir das erschaffen. Wir sind auch im dritten Kapitel. Auf jeden Fall können wir jetzt mit der Zauberin sprechen. Ich würde erst mal fragen, wie es meinem Opa geht. Weißt du, wie mein Papa geht? Kannst du mir sagen? Ich bin in den Walden für ein paar Zeit, um den Wunderhorn zu suchen. Also ich möchte... Ich möchte einfach wissen, ob er noch okay ist. Ich kann dir so viel erzählen. Er wird nicht besser, während du hier schattest. Oh, na, 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 ich glaube nicht. Was für eine Antwort? Na ja gut, ich glaube nicht, dass sie wirklich weiß, wie es ihm geht. Was heißt das, ein speziell Kind of Illness? Ihr Grandpa, er ist KURSED. Eine sehr dunkle und kürzliche Kürze, ist das? Nein! Grandpa! Aber du musst wissen, für eine Art Schäuze, da sind sie großartig und kürzliche Objekte notwendig. Objekte, ich... ...do nicht besuchen. Whatever sie sind, ich sie bekomme. Grandpa, er... ... ist alles, was ich habe. Sadly, sie sind, wie du sagen, ...protected. Protected? Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Childe, ...denn't das Grandpa von dir gesagt, ... nicht zu unterbrechen Menschen all das ganze Zeit? Oh, ich... Entschuldigung. Hm, wie ich sagte, ... es sind drei Schäuze Objekte, ... die ich für die Kürze versuche. Aber sie nehmen von ihren Owners, ... ist eine andere Sache. Okay, so was sind diese Schäuze Objekte? Wo soll ich sie suchen? Der erste ist ein Objekte von großartigem Wettbewerb, ... die Amber Objekte. Nur die Objekte, ... die Bewerbung für den Wettbewerben, ... die Wettbewerben magische Wettbewerben, ... genug, eben, ... die Wettbewerben zu verbrechen. Es kann sich in den Wettbewerben, ... die Wettbewerben, ... in den depths von einem lake, ...protected von der Weissefrau, ... und ghastliche Spirits, ... die haunt die Wettbewerben, ... tricksters, ... der sehr schlechte Wettbewerben. Und... ... was du tun, ... nicht in diese Wettbewerben. Oh, mein. So, ... wie soll ich den Orb, dann? You will find a way, ... I'm sure. ... if you want to save your grandpa, ... you will have to. Yes. Yes, I will. ... I will find a way. And the second object? An enchanted rose, ... from the tops of Glass Mountain. ... this is the heart of the cure, ... the soul of the spell's essence if you will. At its peak is housed a nasty outcast of this world. A bitter twisted old fool that has embraced his seclusion. Ask for the rose and the rose alone. He guards many protected objects but that he might part with. Oh, I see. All right, so Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would know more on the legend. Wow, a dragon. All right. The minister at the church. And the final object? Fortunately, this is quite a great deal easier. In fact, I do believe you have it already. Really? Let me see. Um... Don't be dull. The spellbook child from Winfrieda's tower. Oh... Uh... Oh... What? What is it? You do have it, don't you? Well, I did, but... But... An old lady took it from me. Just outside. One of the most powerful spellbooks in all the land, and you gave it away. Well... Not like that. I mean... She was nice about it. And seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell and is absolutely vital. All right. I will. I'm sorry. Don't apologize child. Just get it back. I will. I will. I will. I will. Ja Okay Naja Bin ich mal gespannt, dass wir das Buch herzugeben war auf jeden Fall sicherlich nicht die beste Idee, die wir hatten, aber gut Kirchenfenster Straßenlaterne Da ist auch immer so ein Drache mit drauf, ne? Hmm Vielleicht nicht hier Das wäre nicht sinnvoll, ich denke Muss ich gar nicht, ob wir das brauchen Das nicht funktionieren Blech Nein, danke Ich kann es nicht von hier erreichen Das Schild sieht ziemlich alt Ich glaube, es hat dort schon lange gehalten, und, naja Es war ziemlich kalt auf diesem langen Tag hier Ich könnte ein Schild nutzen, um nach Hause zu gehen Hm Oh Uh Oopsie daisy Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Praktik mit dem Okay Okay Dann haben wir das jetzt Wäscheleine und Rissenes Bettlaken Wir haben aber unseren Babydrachen immer noch Das wollte ich gar nicht anklicken Ich muss kurz eine Huste unterdrücken Ich trinke mal schnell was Entschuldigung Ah A girl dem Morgenkaffee Hm Da ist nix, gell Schauen wir mal, ob jetzt mehr los ist Nee Jura Jetzt gehen wir mal in die Kirche Und beten Und beten Welcome, young traveler The stars be upon you Schaut schön aus Da waren wir grad vorhin Mal schauen, wo die Spots lights sind Geschäftiges Gemälde Tür Herzen Melancholisches Gemälde Portrait Irgendwie kommt mir bekannt vor Gerade Ruhiges Gemälde Und da Priester Hi there Uh, your Grace Sir Your holiness Oh, dear child No, no, please Theodore will suffice I'm sorry It's my first time in a church But it's nice to meet you, Theodore My name's Anna And a pleasure to meet you too, young one Theodore Your church is very beautiful, Theodore Haha, indeed it is But, alas, it isn't mine I'm simply looking after it, so to speak And caring for all the people who come seeking the red dragon's protection Oh, the dragon I was told about a dragon that could fly people to the glass Mountains Ah, yes, that she could However, it's now also difficult to know Anyone who greeted her as she sat atop the bell tower would be granted free passage throughout the land Some say knowledge of the dragon has been lost to time Others say that it's all but a myth I simply stay here to carry on what she stood for and represented That is important With or without her You say the dragon stood for something important? Very much so Her very presence drove the shadows from the land You see, her scales were the red fire to light the way And in turn, she protected us from the dark But, my grandpa told me there's nothing to be scared of in the dark One time I was scared, but then grandpa laughed because it was just a tree branch scraping on my window Yes, it is true Often the dark is nothing but a trickster Unfortunately, the lord of dark revels in such tricks The lord of dark? Oh, yes, Mephistopheles He's known for his many names and many guises But be not afraid For, thanks to the red dragon, we are all safe Her presence forced him deep into the earth, you see His trickery contained Did you say the dragon would fly people from the bell tower? Where's that? Yes, it's right through the door behind you Alas, for many generations now, the door has been sealed shut For years, I've looked for a means to open it But for years, it has remained closed This place was built entirely for the love of the red dragon I'm sure many answers lie here somewhere before our eyes I'm but an old man, not a detective Any such indications have managed to elude me Oh, a detective mystery That sounds kinda fun Maybe I can have a look around for clues Haha, but of course Be my guest, young one Big windows at the back are so, so pretty I love them Oh yes, they really are remarkable, aren't they? I'm constantly in awe of their beauty They commemorate the red dragon's work in chasing away the lord of dark Oh wow, I would never imagine something like that really happening Naja, deswegen Der rote Drache Hat die Leute beschützt Von her Der Finsternis In den Untergrund Befördert Oh Gott, so viel Mal schauen mal Also erzählen auch all die anderen Bilder eine Geschichte Do all these paintings around the room tell a story to them? Indeed they do They tell their own story about Wunderhorns days of magic Oh, could you tell it to me? By all means I'd be glad to Where would you like me to start? Who is the man in the portrait over there? Philip Forked A direct descendant of the great witches And a crucial part of Wunderhorns history It was Philip who created the most powerful of spells He summoned a dragon To banish the dark It is said he built a shrine deep within a glade In Wunderhorns woods In order to cast it there This spell was of such power It cost him his own life As he summoned the red dragon He perished to save us all Oh wow What a brave selfless man A shrine deep in Wunderhorns woods, huh? I wonder if I'm able to find that at all Wait a second I know where I've seen him before I have a picture of him Here, see? It looks just like him, don't you think? By the stars I think you're right, young one Where did you find this? Uh, it's a long story But I found it in the witch's house Hmm, how curious And the girl here It must be It's Philips' daughter Queen Yannick This girl is the queen? We don't really know much about kings and queens out on my farm Indeed, it is her As a child, of course Sadly though, about a year ago, she just... Vanished No one knows how or why Yet another somber, unsolved mystery, I'm afraid What about this serene painting? It looks rather pleasant Ah, yes, the second painting This was a momentous time When the first witches of Wunderhorn rose to power By their demonstrations of benign sorcery They contained evil And brought peace and order Wo ist das andere? Can you tell me about the busy looking painting? Over there on the left? This was in the days before magic When darkness and chaos ruled the land Great powers were at odds None could maintain order Can you tell me about the sad looking painting on the right? Yes, a sad painting indeed A woman banishing a child for an unforgivable sin The woman was said to be a great witch of Wunderhorn And the girl? Her very own daughter Little is known of it But the painting is said to have been made by a mute child Who witnessed the tragic scene? Geez, this is too sad Let's talk about something else So, das haben wir jetzt alles Eins, zwei Eins, zwei Haben wir jetzt alles Danke für deine Hilfe Traurige Eins Zwei Drei Und vier Oh Thanks for your help, Theodore I best get going Of course, young one The stars be with you But It doesn't seem to have any handles or what not to open it with I'm not going to take something from a church Und du musst auch nichts glauben Du könntest eine Kerze entzünden Oh Muss ich noch was machen dann Mal später erst So Dann haben wir alles Hier mal abgegrast Dann wollen wir mal jetzt die Kirche In den Laden gehen wir jetzt mal rein Brauchen die Fische da oben? Uh, hello Oh goody A little girl Did you not read the sign? No, of course you didn't Look at that music box That's not just a music box That's an heirloom of the great Viennese dancer Look at that puppy Oh, that's so cute Ah Really Is it any wonder I don't like kids in here That, my dear child Is the exquisite craftsmanship of the late madame Look at that monkey He's playing cymbals Oh my gosh So, so cute Your store has so many cute things, mister Hm, yes, whatever you say You don't seem to be leaving, so Go ahead, look around And be off with you You can't afford anything anyway Wie nett Der Ladenbesitzer, aber Er hat wirklich ganz interessante Sachen Hier zum Beispiel Clownswood, das ist ja auch Von ihnen, ne Ähm, mir fehlt bloß das nicht mehr ein Mit Spot und Zedwig Äh, Silence auch Ja, das auch mein Schatz Let's Played hat Äh, The Secret World, glaube ich Das habe ich auch gestreamt Ist ja auch von Daedalic Das ist auch, äh, die Hasenpuppe Von Edna und Harvey zum Beispiel Ist ja auch von Daedalic Da ist der Affe übrigens ganz oben Ich glaube, das sind auch noch ein paar andere Sachen, die ich noch nicht so kenne Obwohl, Daedalic hat ja sehr viel Äh, Spiele, gute Spiele rausgebracht Wie ja auch die Pony Und wird wahrscheinlich auch irgendwo was dabei sein Was ich wahrscheinlich jetzt so mir gleich nichts sagt Oje, dann sind wir ja genau richtig Excuse me, Mister How much is this? Much too much Like everything else in here Hmph, that's not very helpful Excuse me, Mister How much is this? Much too much Like everything else in here Hmph, that's not very helpful Geil What exactly are you doing? I just thought maybe I could have a try No, just no That is the most exquisite violin in all the land And as a result the single most valuable, expensive and unaffordable item in this shop So, that's a no to trying? Not even for a budding young musician like me? A very large and definite no Especially to you No, schade Schnickschnack Excuse me, Mister How much is this? Much too much Like everything else in here Hmph, that's not very helpful Mal sehen Excuse me, Mister How much is this? Much too much Like everything else in here Hmph, that's not very helpful Excuse me, Mister Much too much Hmph Ich denke mal, da geht nicht mehr viel Excuse me, Sir Do you? Nope 3 Please No more talking Just be done with your looking and leave me be Oh Okay, then Gut Dann haben wir das Ich gehe jetzt erstmal Wohl ich könnte mal gucken My telekinesis won't work here Wirkt schon Hmhm Oh Gott Du sollst kein Antiquitäten Händler sein Der schlägt seine Sachen einfach Um das auszumachen Also er ist nicht glücklich in seinem Job Kann ich das nochmal machen? He 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 Mhm Awww Das ist nicht wert für ihn zu verregen Ich muss das verregen Wohl Das ist nicht wert für ihn zu verregen Ich muss das verregen Ich muss das verregen Wohl Okay, gut Ich habe jetzt mal die Geige es hat ja doch was geklappt hier um mich hier wieder raus so hier komme ich raus ich habe jetzt eine galge hmmm witziger kleiner thief ich glaube nicht, dass du mit meiner amt präzten antiken so schnell gehst ah, ich bin entschuldigt, ich versuche, dass ich nie so etwas wie das getan habe ich versuche, dass du dir nicht sagst, Grandpa hmmm, einfach raus okay, vielleicht müssen wir das irgendwie auswechseln da halte ich jetzt eine idee sie waren alle weg von Ben und ich, als wir in kamen ich wüsste, dass sie hier sprechen wollen hmmm es sieht aus, dass das Hauptwasserfaktor ausgewählt wurde obwohl also ich glaube, das Wasserfaktor sollte das, was in diesen Pfeifen, wenn ich es benutze ich weiß nicht, vielleicht kann ich ihn noch mal ansprechen, das mache ich noch schnell ah, entschuldige mich grüßig wieder, Kamenna was ist es, dass du den großen Wan-Betoriki jetzt unterrumpfst? ich habe gedacht, dass er vielleicht sich trennen möchte Hallo? ist jemand da drin? ha? ich habe nur gesagt, hallo ich habe mich gefragt, ob ich dich über ein paar Dinge gefragt hätte äh, ich habe zu viel Arbeit, wie es ist sorry du musst später zurückkommen oh okay, dann so hör mal how